Warum waren sie im Park? Warum war Alex Stötter im Park? Wegen Aileen. Wegen Rocco. Wir wussten, dass Aileen die Drogen von Rocco hatte. Woher? Haben uns ein paar Typen erzählt. Als sie nach der Signierung zusammengebrochen ist, da haben uns ein paar Typen angesprochen und gesagt, ja, die hatte Drogen von Rocco. Breitner. Und Alex hat sich daraufhin die Waffe aus Martina Friskis Schublade genommen? Erst am nächsten Tag, als Aileen immer noch nicht aufgewacht ist. Wollten sie Rocco Breitner töten? Was? Nein. Natürlich nicht. Wir wollten ihm nur Angst machen. Einen wegen Totschlags verurteilten Drogendiener. Sein Comic-Kostüm. Wir wussten, dass der Park Roccos Revier ist. Alex hat ihn da gesehen und mich angerufen. Kurz nach vier. Eine halbe Stunde später kam ich an und... Alex war tot. Und deswegen haben sie uns bei Rocco Breitners Spur gebracht? Ja. Wer soll das sonst gewesen sein? Vielleicht sie, Herr Möller. Weil sie in die Rivalen loswerden wollten. Sie waren in Aileen Pullert verliebt, genau wie Alex Stolper, mit dem sie sich deshalb sogar geprügelt haben. Wir hatten alle was getrunken. Und... Alex hat dann Aileen angebaggert, obwohl er halt wusste, dass ich auf sie stand. Aber ich habe Alex nicht getötet. Er war mein Freund. Warum haben sie sich dann vom Tatort entfernt? Weil ich Angst hatte, dass Rocco zurückkommt. Dann sind Sie aber zurückgekommen. Und haben uns belogen. Hätten Sie mir geglaubt, wenn ich so hingegangen wäre und gesagt hätte, ich war es nicht. Nee, oder? Aber... Ja. Может das auch nicht. Ich habe es nicht nur noch einfach. Ich habe es nicht nur eine Liste. 詳しい.